packt man frei, ich geh hier durch ich hätte hier nicht runter gemusst ich kann schon hier lang, schnell, 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 wow das ist nicht wow ich bin schon dabei ist ja gar nicht kaputt wo muss ich denn hin wow awesome, da hinten ist es awesome to the max waa 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 folge meiner stimme jaja geh zum ausgang, schnell geh ja schon oh mein god was für ne riesenfestung ich muss sagen dass wir so ein ball wie gerade eben so richtig mitten ins face kommen die bastille die bastion oh noch ein schluck wasser sabbelwasser mann komm schon lade schneller Auto fast. Ah, beide zusammen, ne? Und? Robespierre. Aha. Deswegen sind wir schon noch hier. Da. Boah. Jetzt wird's kriminell. Ich glaube... Boah, ich hab 16... ...Punkte. Das ist mal das. Schleichen. Awesome to the max. Schleichen hab ich komplett voll. Fernkampf. Was ist denn mit 2? Ja, scheiß drauf. Boah, eine Ausrüstung. Ausstattung. Boah, Brust. Guck dir euch mal die Preise an, ne? Das ist ja enorm. Das ist ja... ...nicht zu fassen. Kurb müssen. Okay. Ne, hacken will ich ja nicht. Kostet mir zu viel. Na dann, let's go. Ah, zwei Punkte. Kann man diese Hinweise nicht ausschalten. Spieloption. Mmh. Hab. Hup, hup. Mmh. Ne. Kann aus. Tutorials aus. Hä, ist doch schon. ich will gerne sie sind stark genug was soll das er hat diesen tag zum feiertag des höchsten wesens erklärt ein tribut an die tugend der nation und die ihr zu erweisende bürgerpflicht warum klingt das so vertraut wenn es um die templer-doktrin geht ist sie sehr frei interpretiert wir werden wir nie nahe genug an ihn herankommen ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren moment du denkst noch wie ein assassiner diesmal habe ich einen plan und wie lautet er denke wie ein klick ok denken wir wie ein templer ich dachte wir sollten jetzt rational sein wenn höchstes wesen nicht robespierre bedeutet fresse ich meinen hut spaß beim hut essen ich will das ohne die machen da werden überall wachen haben wollen naja ich komm schon auf feierwerk was nun robespierre ist unangreifbar die hälfte seiner garde ist hier wir kommen nicht mehr als zehn schritte an ihn genau wie ich sagte aber er ist nicht mehr so populär die säuberung das höchste wesen wenn wir ihn diskreditieren ist er am ende ein großes öffentliches spektakel ist der beste ort ganz genau zeigen wir ihn als gefährlichen irren wird seine macht schmelzen wie der schnee im april aber wir brauchen überzeugende beweise ich habe eine idee wo wir anfangen kommst du triff mich danach ich habe eigene dinge zu erledigen ok ja 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 so das wie genau so so hier hier ich da ich von ich das Hör das von rechts und geleimt halten die herzen der menschenkante Steht da um jemand drauf eigentlich? Nein, anscheinlich. Tschüss. Und tschüss. Viel Spaß beim Suchen. Das war wohl nix. Na gut, sabotiert das schon mal. Gehen wir hier rüber? Was ist eine! Das ist doch... Wo ist... Ach, mir egal. Mal sehen. Belastende Beweise. Belastende Beweise. Nicht ganz das, wonach ich suche. Merlin, Thalien, Bourdon, allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Ja. 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 Also, oder? Warte mal, ich warte einen Moment, ich will das mal sehen. Verwirkt er mich jetzt, oder was? Komm, lade dich mal auf, Tarnung. Ich will mal in Tarnung mit der Alten reden. Ich weiß nicht, ob sie dann vorher aufgeht, oder? Ob ich sie jetzt in Tarnung dann abquatsche. Moment.